Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war Achi Gaming, Flo von am Start, heute mit dem neuen AFC-Konto, Samstag heißt wieder 84.10 Upgrade-Packs, die wir heute am Start haben. Wir gehen aus den Reihen, die Tagesanmelde Upgrade-SPC, neu am Start haben wir folgendes, und zwar die 84.10 Upgrade-SPC, wir haben die 68.3 Footies-Neuauflage Gruppe 2 Upgrade-SPC und dann Harry Maguire als Upgrade-SPC, genau auf die Joe Cole als Spieler-SPC und Upgrade ist die Footies-Crafting-Upgrade-SPC. Die 160 mal wieder holbar. Wir gucken uns alles Neues in die AFC an, also let's go und rein ins Video. Ja Freunde, bevor wir rein starten, ihr hört es an meiner Stimme, ich bin immer noch angeschlagen. Wenn ihr es feiert, dass ich trotzdem daily für euch am Start bin, jeden Tag, dann nehmen wir euch noch kurz die 1 Sekunden Zeit. Lasst einen Daumen nach oben, da es skandiert mal so ordentlich, Freunde, falls ihr das könnt, gerne für eure Kommentare hinterlassen. Und natürlich, nicht vergessen, kostenlos die Glocke zu aktivieren, auf den Weg, Richtung 60.000 Abonnenten. 300 Likes, geben wir über 1 Likes hier raus, und wir starten erstmal wieder mit der Tagesanmelde Upgrade-SPC und die Erinnerung an euch alle natürlich, bitte, bitte, bitte nicht vergessen, den Bronze-Spieler abzugeben. So, wenn jetzt die Server auch noch mit funktionieren, dann wäre es der Traum auf die A. Wenn sie uns reinlassen in die SPC, dann können wir den Bronze-Spieler auch abgeben. So, da ist es endlich geladen, Heul und geben wir in dem Fall jetzt hier als Beispiel-Spieler ab. Bronze-Spieler, Untrade, holen uns erstmal das Pack und wie gesagt ein weiteres auch in den Zielen. Ja, dann haben wir sie wieder zurück, die 4-Nachspalt-10er, da können wir es kurz machen. Sie ist öfter jetzt verfügbar pro Tag und zwar nicht dreimal, sondern fünfmal. Also, ich gehe mal davon aus, ich sage jetzt mal Woche 4 oder Woche 5, könnte ich mir vorstellen, dass es dann unendlich mal am Start ist. Jetzt ist es fünfmal am Tag wiederholbar und ich glaube, unendlich war sie auch. Ich weiß nicht, ob Woche 6 oder Woche 7 letztes Jahr, ich bin mir da gar nicht mehr ganz genau so sicher. Aber 4-Nachspalt-10er ist back und wie gesagt jetzt häufiger pro Tag. Eine Woche komplett da, fünfmal am Tag machbar und wie wir es kennen, Tots, Team of the Week und 84er Great Squad. Gehen wir gleich rein in mehrere von den 4-Nachspalt-10er-Packs, das wird sehr, sehr nice, wie ich finde. Und dann haben wir die 6-Nachspalt-3er auf Achtung, Futis Neuauflagegruppe 2-Geschichte am Start. Wir haben hier drei drin in dem Pack, die Frage, lohnt sich das? Das will man da reingehen oder nicht, also weiß ich nicht. 85er Tots Team of the Week und 6er Tots Team of the Week. Da bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Macht ihr es, macht ihr es nicht. Man kann eh nur einmal machen. Also insofern, ja, entweder man nimmt es die Woche mit oder man lässt es halt eben sein. Bin ich mal sehr gespannt auf eure Meinung zu der Geschichte. Und dann machen wir die Upgrades kurz zu mit der Futis-Crafting-Upgrade. Die sollte ja kommen, haben wir gestern schon gelesen. Jetzt ist sie da, einen Tag später, mit dem 77er-5er-Pack als Reward, was wir für jede crafting Geschichte bekommen. 160 Mal können wir es insgesamt dann machen. 26 Tage Zeit und natürlich haben wir auch gleich passend dazu, in den Zielen, eine passende Aufgabe. So, und was müssen wir hier abgeben? Da gibt es wahrscheinlich auch nichts komisches, sondern wie wir es gewohnt sind, genau, also ein seltener, genau Gold, 11 Spieler. Das ist das, was wir abgeben müssen. Dafür kriegen wir das 77er-5er-Pack. Die Rewards in den Zielen gucken wir uns gleich gemeinsam an. So, dann wird es interessant. Und zwar, wir haben zwei Spieler-SPCs. Erstmal Henry MacMire mit saftigen 91 Tempo, 95 Dev, 90er Dribbling, 97er Physis. Lass uns das mal die Karte anschauen. Drei Sterne, vier Sterne, hohe Mittelarbeitsrat, 1,93. IV kann er spielen, 97er Reaktion, Tempo ist da. Dev und Physis, eben schon gesagt, kurzer Pass, langer Pass, 99er Schusskraft sogar, let's go. So, das sieht sehr, sehr gut aus. Anti-Dribulation, das ist normal, Playstyle zumindest. Und dann grätsches Playstyle-Plus, Block, weiter Pass und in die Luft. Auch kein schlechter Playstyle-Plus. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und dann haben wir zwei Wochen Zeit für zwei Segmente, die... Was ist denn mit dem Server noch los, Friends? Wie seht... Ich weiß nicht, was hier los ist mit dem Server, aber sie sind ja gefühlt schlechter als gestern. Zum Freitag-Video, zum XSL-Pack-Opening und XSL-Video, was wir gestern gemacht haben, oder? Oder sehe ich das jetzt nur so? Also, irgendwie lädt es länger. 87er-Gemade-Squad mit einem Tod's-Team-Optow-Tweck und ein 88er ohne weitere Bedingungen, beziehungsweise Premier League-Spiel muss dabei sein, aber Tod's-Team-Optow-Tweck nur in einem von beiden. Ich sag mal so, da haben wir von EA in letzter Zeit SBC-Preis nicht mehr jetzt nicht gesehen, auf jeden Fall schon Schlimmeres gesehen. Ähm, klar. Man muss die Frage stellen nach Alternativen. Harry Maguire, eine weitere IV-Option. Ich würde mal sagen, aufgrund der Nostalgie und weil es einfach Maguire ist, so... Es ist Meme-Content, ich weiß nicht, wie man es sagen soll. Auf jeden Fall... Es ist keine schlecht gepriced SBC. Roundabout 100k wahrscheinlich kostet das Ganze. Und jetzt kommt das witzige, Friends. Wir haben auch Joe Cole als 40-0. Und genau der auch, mit nur zwei Segmenten. Der ist aber 61 Tage da. Und auch da gucken wir jetzt erstmal auf die Karte drauf. Da haben wir 5 Sterne, 4 Sterne, Hochmittelarbeitsraten, rechter Flügel, Z-O-M, linker Flügel kann er spielen. Typische Cole-Karte, richtig nice. Guckt euch das an, 98 Pace, 98 Dribbling, sehr cool. Und dann haben wir hier 4 Placeless Plus, neue Spielziele insgesamt. Und jetzt die Frage, was wir abgeben müssen. Oh wow. Oh wow. Freude, ernsthaft? Ist es ernsthaft? Ist wahrscheinlich gleich teuer, ne? 87 Totsio was wir hier und 86 Totsio. Also Freunde, da sind wir wieder beim Punkt, wo ich gestern bei Butagenio meinte. Butagenio ist einfach viel zu Oberpreis. Wenn wir sehen, wie günstig Kaka beispielsweise ist. Wie günstig jetzt Maguire, wie Cole ist. Und dann Butagenio, gestern glaube ich mit 24 Segmenten. Wo nehmen sie es das her? Man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Man weiß es einfach nicht. Fakt ist, das sind die neuen SBCs. Die lassen sich auf jeden Fall sehen. Und ja, da machen wir auf jeden Fall gleich mit weiter. Kurz vorher will ich mit euch in den Zielen mal verschwinden. Denn da haben wir natürlich was Neues am Start. Und zwar holen wir uns erstmal für den Bronze-Spieler, hello, das 83x2-Pack. Ja, nehmen wir mit. Zack, weiteres Futter für uns. So und jetzt neu am Start. Ebenfalls für 27 Tage roundabout. Die Footies Crafting-Upgrade. Komplett-Paket-Geschichte. Und da bekommen wir euch, wir gehen schon mal auf den Gruppenrewarden. 4 und 8x20 als Gruppenreward. Sehr gut. 3 und 8x2 für 10 Abschlüsse. Für 15. 4 und 8x2, 20 das Gleiche. Dann 3 und 8x2-Packet für 25 Abschlüsse. 30 gibt es und 3 und 8x5er. 3 und 8x3 für 35. 3 und 8x5er für 40. 4 und 8x2 für 45. 4 und 8x10er für 50 Abschlüsse. 60, dann 3 und 8x5er. 70, 4 und 8x3er. Jumbo-Sellen ist Pro-Pack, 100k-Pack. Bei 80. 7 und 8x3er bei 90. 4 und 8x10er bei 100. 4 und 8x5er bei 110. 4 und 8x10er bei 120. 7 und 8x2er bei 130. Oh, 3 und 8x20er bei 140. 7 und 8x4 Führer. Und 5 und 8x7er. Also Packs, 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 Packs. Und wie gesagt, 170 mal bekommt er auch, äh, 160 mal bekommt er auch den Gruppenreward natürlich. Ähm, also das auf jeden Fall in Bezug auf Crafting oder Grinden. Jetzt eine weitere SPC, die dazu kommt, um Futter zu generieren. Äh, werden wir vielleicht nochmal ein separates Video machen. Wie gesagt, wenn ich so angeschlagen wäre, wäre heute schon Doppel-Upload gekommen zum Craften. Aber, ähm, ja, ich hoffe, das liegt die nächste Tag. Und dann werden wir auf jeden Fall vielleicht auch das mal thematisieren und uns genauer anschauen. So, es ist Samstag, Freunde. Das heißt, wir haben auch eine neue Evolution. Ja, bevor wir gleich mit den Packs etc. weitermachen. Hello, Evolution. Evolution. Here we go. Haben wir eine am Start. Und zwar eine neue, die auf folgenden Namen heißt. Die folgenden Namen heißt. Pass Genie. Ja. Und, äh, auch hier wird wieder irgendwie gar nichts angezeigt. Ich weiß nicht, was ist denn los mit den Servern? I don't get it. I don't get it. Also, verbessere deinen Spielaufbau mit erheblichen Pass-Upgrades, heißt es da. Zwei neue Spielstien plus und der Z-Ur in Position. Meistert die Kunst des Passens und dominiere mit einzigartiger Übersicht. 20 Tage Zeit, 27 Tage läuft das ganze Ding ab. Vergess nicht, wir können ja zwei aktuell parallel machen. Maximal 91 Gesamtrating, Maximal 85 passen, Maximal 90 auf Dribbling, Maximal 92 Fuses, Maximal 3 Gesamtposition, Maximal 2 Plays plus und unzulässig ist die Z-Ur in Position. Wie gesagt, die sollen wir ja dazu jetzt erstmal generieren. Okay, Friends. Ich muss mal gerade hier irgendwie gucken. Okay, Freunde. Also, keine Ahnung, was da los ist. In-Game wird es auf jeden Fall nicht angezeigt. I don't get it. Passing Mastermind heißt es im Englischen. Und es passen unfassbar 160.000 Spieler anscheinend hier rein. Und nicht gerade irgendwelche, sondern tatsächlich auch ein paar gute. Aber auch ein Beispiel hochziehen. Van Dijk, die Team-of-the-Week-Version. Rot-Reed, sowohl die Fire- als auch die Ice-Version. Süle haben wir da am Start. Dann haben wir die Normal-Harland-Karte. Da wird es natürlich sehr, sehr interessant. Die passt auch rein. Hier, so ein 90er-Akanschi passt rein, beispielsweise. Gut, warum wir über den Z-Ur machen, das wäre die andere Frage. Aber, da würde ich natürlich positionsgetreu definitiv welche holen. Icons passen natürlich auch wieder rein. Da sind wir schon bei den 90ern. So schnell kann das Ganze gehen. Aber seitenweise auf jeden Fall Optionen verfügbar. St. Brotter als 91er-Version zum Beispiel. Eine Option. Können wir es um 96er machen. Haaland auf jeden Fall nice. Bellingham haben wir hier die 88er-Version. Mit Technik, Titan sogar verknüffbar. Das ist doch geil. Guck mal, das ist doch nice. 91er und dann 96er hochziehen. Das sieht natürlich richtig gut aus. Auch passend zur Position. Einige EVs passen rein. Hendo 96er, ganz weird. Mit 70 Space, der Rest sogar ganz okay. Carlos Alberto hat dann einfach ZOM-Position inne. Warum auch nicht? Das wäre schon, das ist schon crazy. Das ist schon richtig crazy. Auch bei mir passt auch rein. Also ein paar machen natürlich nicht wirklich Sinn. Wie gesagt, ist eine 4-Free-Evolution. Ist einmal da. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und vielleicht, wen wählt ihr? Schreibt es mal gerne in die YouTube-Kommentare rein. So, bevor wir jetzt gleich mit den 48er-10er-Packs weitermachen, Freunde. Würde ich sagen, gehen wir kurz hier auch weiter bei Footbin auf die beiden neuen Spiele ein. Spieler-SBCs. Und gucken wir uns nochmal den SPC-Überblick an. Also, 68er-3er. Ganz ehrlich, den Re-Release, der interessiert mich persönlich nicht. Lasst mich ja wissen, geht da rein in die SPC, ja oder nein. Footits Craft-Upgrade. Finde ich nice, dass sie wieder da ist. Wunderbar. Wie gesagt, kann man wunderbar kombinieren zu craften. Dann die 48er-10er. Auf jeden Fall ein Win. Wieder am Start. Fünfmal wiederholbar. Also, das auch erhöht. Und dann bei Cole. Günstig, finde ich. Klar, wir können über Alternativen widersprechen. Ich meine, wir haben jetzt fast August. Wie gesagt, Freunde. Faktisch. Wir gucken uns so die SPC an. Können wir einfach nur festhalten. Die SPC ist auf jeden Fall preislich sehr gut. 50-50. 60-40. 70-30. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber wie gesagt, wir können jetzt erstmal an Day 1 sagen. Ist auf jeden Fall nicht schlecht gepreist. Harry Maguire auch nicht schlecht gepreist. Und jetzt gucken wir uns mal gerade die Upgrades an. Vielleicht habt ihr die 87er-Version schon geupgradet. Maybe. Kann sein. Die hat ja auch schon gut Pace am Start gehabt. Aber nichtsdestotrotz. Wie gesagt, Maguire da. Top Preis. Können wir nicht meckern. Gute Stats. Ja, warum nicht? Und Cole auch gleich. Also hier ein gutes, saftiges Upgrade. Nehmen wir mit. Allein durch die Places als Plus natürlich jetzt ein Win. Und auch die lassen sich. Obwohl bei der einen, also bei der anderen Garten auf jeden Fall sehen. Deshalb würde ich sagen, machen wir jetzt weiter. Und zwar mit den Upgrade Packs. Let's go. Und rein da. So Freunde. Hier haben wir jetzt erstmal das neue 92 Plus Icon Pack. Ein Refresh erscheint heute auch am Schlüssel am Start. Und Argentinien-Rechtsverteidiger. Da wissen wir natürlich schon Bescheid. Ein ist da nett hier. Ja, mal gucken. Wie hat er sich preisig jetzt entwickelt? Mal schauen. Ach, hast du schon am Start. Ja, ich wollte gerade noch sagen. 200k roundabout. Das ist natürlich ärgerlich. Und da haben wir das erste 4 und 8 mal 10er Pack. Und direkt die Special-Karte. Es wird Spain. Es wird Stürmer. Komm. Ach, direkt die Icon. Raul. 92er. Jawohl. Und Make Your Mark. Copa America. Mal schauen, wer da hinter ist. Sanchez. 93er Sanchez. Alright. Mal gucken. Rating-mäßig auf jeden Fall schon mal guter Start. Bitte 2. Ja, damit können wir sehr gut nehmen. Und dann noch 88er. Und Kiwi und 86er hinten dran. Das lässt sich in das Pack. Nice. So, Freunde. Ihr könnt es unten lesen. Pack-Lack rein in die Kommentare. So sieht es nämlich aus. Und jetzt gehen wir rein in 2,84 plus mal 10er Packs. Und wir haben wieder 2 mal 82 plus Icon-Pack am Start. Ach, da haben wir schon letzte Woche drüber diskutiert. Da war ja, glaube ich, dann am Dienstag, glaube ich, war es der Fall. Da waren ja richtig viele Icon-Packs im Video mit am Start. Also, mal schauen, was die Packs jetzt hier gönnen. So, da haben wir es am Start. Das erste 84 mal 10er. Zumindest hier auf dem Account. Wir hatten ja eben schon eins. Boah, so geil. ZM. Alright. Ruhig bleiben. Erstmal Bernardo-Silver. Und wahrscheinlich gleiches Rating, sag ich jetzt. Unter 90. Wer ist es gewesen? Ach, keins nur. Oh. Alright. Also, sonst okay ist Peck. So, da ist das nächste. Und die nächste Special-Karte. Wie soll es auch anders sein? Äh, Kondogbia. Alright. Wait, Kondogbia haben wir doch... Ja, es ist die Futis-Version. Oh mein Gott, Freunde. Ich dachte gerade. Friends, da ist die Futis-Karte am Start. Kondogbia. Ja, ich dachte... Oh mein Gott. Abidi Pelé ist auch noch mit am Start. Was? Ey, Freunde. Ich... Ohne Witz. Ey. Was ist... Was ist das denn für ein 4x10er? Willst du mich verarschen? Das ist doch mal ein richtig geiles Futis Team 2 4x10er Pack. Ja, let's go. Und ich hatte gerade immer noch die Angst von gestern. Ja. Wo wir natürlich die ein als Futis-Version, aber halt auch ein Badge 2 sozusagen am Start haben. Deswegen habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich Badge 2 wieder. Kondogbia. Aber ich glaube, der ist gar nicht in Badge 2 mit dabei, ne? Oh man. Oh man. Und jetzt die zwei Eigenpacks. Wie angedeutet. Frankreich. ZDM. Nein. Oh, warte mal. Wer wird's? Oh, Pity. Pity. Was macht der Preissig noch, der Junge? Wenn du ihn nicht schon hast? 100? 100 CK? Immer noch über 100 K zumindest. Ja, natürlich hast du ihn schon. Gib ihn kurz als SPC-Voder ab. Und damit rein ins nächste 82 plus Colasso GOTG Footis-Icon-Garantie-Pack. Oh man. Komm. Wer wird's? Frankreich. Again. Stürmer diesmal. Einfach bitte nicht am Start haben. Einfach bitte. Obwohl, es ist Tresse. Es ist Tresse. Oh man. Das ist natürlich sehr günstig. Trin. Sie geht 29.000. Ja, den hast du zumindest nicht. Ah je. Schade. So Freunde. Wir machen weiter mit den 4 und 8 Spazierer-Packs. Guck mal rein. Was jetzt um die Ecke kommt. Hier auf dem nächsten Account. Also. 4 und 8 Spazierer-Pack Nummer 1. Wenn es uns angezeigt wird. Okay. Die Connection scheint nicht 100% da zu sein. Das ist die Carl. Und Icon Coal. Okay. Ich weiß nicht was da mit der Connection auf jeden Fall gerade nicht zusammenkommt. Es sind anscheinend nicht nur die AI Server. Ich weiß nicht was da los ist. Oh. Alright. Oh. Sehr gutes Futter. Sehr gutes Futter. Ein paar Rated Karten. Sehr gut. Sehr gutes erstes Pack. Also ich freue mich schon wenn die 4 und 8 Spazierer-SPC wirklich unendlich wiederholbar am Start ist. Jetzt ist sie leider nur 5 am Tag am Start. Aber. Oh. Nächster Eiken Friends. Mit Charmy. Back to Back Mates von Percy. Oh mein Gott. Wir lieben die Packs einfach. Wir lieben die Packs einfach. Dann eben die zwei Footies. So kann es doch die ganze Zeit weiter gehen. Mal gucken. Welches Waiting ist hinten dran? Oh. Oh mein Gott. Was ist das denn? Lukic. Little. Also Freunde. Das ist mal SBC Futter Deluxe. So Freunde. Ich hoffe ihr konntet auf jeden Fall schon mal den ersten Eiken finden von der neuen 4 und 8 Spazierer-SPC. Sie bleibt und sie ist nach wie vor auf jeden Fall extrem extrem nice. Leider ist aber gerade irgendein Fehler bei den SBCs am Start. Deshalb kann er gerade das Futter nicht abgeben. Und wie gesagt. Das ist einfach zu discaren. Das große Futter. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Insofern machen wir das Ende hier. Bei diesem Video Freunde. Dann kann ich mich auch wieder stimmlich zumindest ein bisschen genesen weiter. Ich hoffe wir sehen uns natürlich morgen wieder. Wenn es euch gefallen hat heute. Lasst gerne Liebe da. Vergesst nicht Liebe da zu lassen. Und dann sehen wir uns morgen hier. Zum neuen SBC Content an gleicher Stelle wieder. Schreibt mir gerne in den Kommentaren was ihr gezogen habt. Hier noch Fair-Videos von mir. Und damit bis morgen. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao Leute.